Hallo und herzlich willkommen auf dem Modellbau Kanal. Heute geht es mal in die Luft. Beim Spaziergang sah ich den 3D Heli von Weitem bereits und fragte nach einem Video über sein Picado Logo 690SX, was ein 3D Kunstflughelikopter ist. Deshalb hinlässt dem freundlichen Modellbauer für seine spontane Flugshow bitte einen Daumen hoch und netten Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Machina. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.